Hey Leute, ich bin's Conny und wenn du das Video hier siehst, hast du die Möglichkeit, all meine Pads zu scammen. Doch bevor ich mehr dazu erzähle, like erstmal das Video, abonniere meinen Kanal, damit du nichts mehr verpasst. Und ich werde hier oben erstmal meine Belohnung einsammeln, weil ich hab ein paar. So. Und wie ich es schon zuvor in meinen Livestreams sehr oft erzählt habe, Padsimulator X macht mir keinen Spaß mehr und ich werde aufhören. Und warum sollte ich, wenn ich mit Padsimulator X aufhöre, denn meine ganzen Pads noch behalten? Dementsprechend werde ich all meine Pads an einen Gewinner von euch da draußen verschenken. Hochbereit? Noch einer? Ach hier, noch einer. Yeah! Und ja, ich hab momentan gar nicht mal die krassesten Pads. Ihr seht, das sind so meine Pads, die ich gerade habe. Ich hab noch ein bisschen was in der Bank liegen. Das ist alles nicht so krass, aber ich werde, bis ich die Pads verschenke, natürlich auch noch einige Pads farmen. Und es wird dann auch das letzte Mal sein, dass ich nochmal richtig aktiv und viele Pads farme, damit es sich auch lohnen wird, wenn ihr dann meine Pads gewinnt. Und wer weiß, was ich noch so für Pads in meiner Bank habe, nicht wahr? Also an jeden da draußen, dem es schon immer mal in den Fingern gekitzelt hat, wie es vielleicht wäre, jemanden all seine Pads wegzuscammen. Und es nicht gemacht hat, weil wer scammt, ist ehrenlos. Das ist eure Chance, einfach mal dieses Gefühl zu haben, alle Pads von jemandem zu bekommen. Und das ohne, dass ihr jemanden dafür scammen müsst. Das finde ich ganz cool. Hier oben, ich muss noch 50 Sekunden warten, dann kriege ich meine nächsten Rewards. So lange bin ich schon drin. Das Video hier nehme ich gerade auf, am selben Tag, an dem das letzte Pads-Simulator-X-Update rauskam. Und heute habe ich auch eine Verlosung auf unserem Discord-Server gestartet, bei der dann ausgelost wird, wer der Gewinner ist, der all meine Pads im Pads-Simulator-X von mir bekommt. Also, wenn ihr auch meine Pads haben wollt, dann müsst ihr nur auf unserem Discord-Server kommen, im Verlosungsschannel einer Verlosung teilnehmen und dann das Glück haben, auch zu gewinnen. Die Verlosung wird übrigens aufgelöst, das wäre auch ganz praktisch zu wissen, falls ihr das Video ein bisschen später seht. Am 5. April 2022. Am 5. April 2022 wird die Verlosung aufgelöst. Und dann werde ich den Gewinner kontaktieren. Und dann einigen wir uns darauf, wie wir uns am besten treffen, wie ich dann am besten meine Pads loswerde. Ich hole jetzt nochmal die letzte Belohnung rein und... Jo, das war nicht schlecht. Ah, ich hätte gerne mehr daraus bekommen. Na gut, und das war's. Jetzt kann ich hier nichts mehr machen. Das ist so traurig. Naja, wie ihr auf unserem Discord-Server-Joint und in der Verlosung teilnehmt, das werde ich euch nachher noch im Video erzählen. Vorher möchte ich mal gucken, sind hier Loot-Backs gelandet? Und wenn nicht, dann öffne ich nochmal ein paar Eggs, weil das ist das, was ich jetzt die ganze Zeit machen werde. Dieses Video nehme ich jetzt am Samstag, den 26. März 2022 auf. Und ich werde jetzt noch sehr viel Zeit damit verbringen, da hinten die Kiste zu farben, da vorne Eier zu öffnen, meine Pads zu verbessern, hier möglichst viele Mythicals rauszuziehen. Ah, das war schon mal ein schlechter Start. Aber Preston hat ja jetzt die Chancen auf Mythicals verringert, damit der Gewinner dann auch einige Pads zu gewinnen hat. So will ich das sehen. Mythical, so wie ich's haben möchte. Perfekt. Und X-Mastery is now level... äh, 21. Das ist auch so eine Sache. Pads um Lotta X macht mir halt keinen Spaß mehr, weil's halt so ein elendig langer Grind ist. Und man halt... Ja, man kommt nicht wirklich voran. Das Einzige, was mir an Pet Simulator noch Spaß macht, sind die Updates. Wenn die Updates gerade frisch sind, den neuen Content anzugucken. Das macht mir tatsächlich noch Spaß, das mach ich gerne. Aber dieses ewige Gefarme dann, um am Ende nichts zu erreichen, das macht mir keinen Spaß. Deswegen möchte ich damit auch aufhören. Ich werd noch in Zukunft Pet Simulator X Videos machen, wenn ein neues Update rauskommt und mir das Update auch gefällt, dann mach ich ein Video dazu. Aber ich werde nicht mehr aktiv Pet Simulator X spielen. Und ich brauche die Pads auch nicht mehr. Weil wenn ein neues Update rauskommt, dann komm ich schon irgendwie zurecht. Ich krieg schon hin, mir die Sachen anzugucken. Das hab ich auch beim letzten Update geschafft, auf das ich mich null vorbereitet habe. Deswegen kann ich mir das auch mal leisten, alle meine Pads zu verlosen. Und jetzt ein kleines Secret für alle Leute, die das Video bis jetzt gesehen haben. Wenn ihr das Video bis jetzt gesehen habt und an der Verlosung teilnehmt und gewinnt, dann schreibt mir einfach in das Ticket den geheimen Code, den ich euch gleich zeigen werde. Am Ende, wenn ich euch kontaktiere und euch sage, dass ihr gewonnen habt, dann schreibt mir den geheimen Code. Und der geheime Code ist natürlich BossObama187. Wenn ihr mir das schreibt, dann weiß ich Bescheid, dass ihr das Video an dieser Stelle gesehen habt. Und dann bekommt ihr von mir noch eine Milliarde Gems oben raufgelegt. Ich hab zwar gerade noch nicht eine Milliarde Gems, aber bis dahin werde ich die schon zusammenkratzen. Ich hab ein bisschen was in der Bank. Also da braucht ihr euch keine Gedanken machen. Und dann kriegt ihr auch die Milliarde Gems noch oben rauf. Weil es würde mich wirklich freuen, wenn der Gewinner dann auch tatsächlich diesen geheimen Code in das Ticket reinschreibt. Und ich dann weiß, dass er das Video auch aktiv gesehen hat. Rainbow Mythical, perfekt. Davon kann ich nicht genug haben. Dann kann ich schneller farben. Dann kann ich auch mehr Ex-Hatchen. Und wenn ich mehr Ex-Hatchen habe, kann ich am Ende auch mehr verschenken. Oh, ich hab eine Streak. Die Streak ist vorbei. Okay, die Streak ist vorbei, Leute. Aber damit ich euch nicht weiter auf die Folter spanne, werde ich euch jetzt erstmal zeigen, wie ihr an der Verlosung teilnehmt. Weil manche von euch werden das bestimmt nicht wissen. Dafür müsst ihr zuallererst mal im Discord-Server joinen. Und vorher braucht ihr natürlich einen Discord-Account. Und das zeige ich euch jetzt, wie man das macht. Hier sind wir auf der Seite von Discord.com. Ihr könnt hier oben auf Anmelden drücken. Und könnt euch hier anmelden mit euren Account. Oder hier unten auf Registrieren drücken. Und dann erstellt ihr euch euren Account. Extra-Account erstellt. Und mit denen werde ich mich jetzt auch anmelden. Und das war hier mein neuer Discord-Account at web.de und das super geheime Passwort. Damit melde ich mich jetzt an. Bip, bip. Ich bin ein Mensch natürlich und muss da natürlich alle Busse auswählen. Ist das ein Bus? Das ist ein Feuerwehrwagen. Also zählt der, glaube ich, nicht. So, dann bin ich auch schon auf Discord angemeldet. Bla, bla, bla. Und auch schon auf dem Server gejoint. Aber ich zeige euch natürlich, wie man neu auf den Server raufjoint. Dafür gehe ich auf Server verlassen. So. Und mein Discord-Server ist natürlich in der Videobeschreibung unten verlinkt. Und wenn ihr aber aus irgendeinem Grund nicht wisst, wie man in die Videobeschreibung guckt und dort auf den Link drückt, könnt ihr dem Discord-Server auch ohne Einladung joinen. Das zeige ich euch jetzt. Dafür geht ihr hier bei Discord auf Entdecke öffentliche Server. Gebt hier einfach Based ein. Drückt Enter. Und als erstes Ergebnis kommt der Club-Based. Den klickt ihr an. Geht hier oben auf Club-Based beitreten. Und dann tretet ihr dem Server bei. Dann seht ihr als allererstes nur diesen Verification-Channel. Drückt hier einmal auf Regeln gelesen. Dann kriegt ihr die User-Rolle und seht dann diese Channel hier. Und geht dann auch auf Regeln akzeptiert. Das ist wichtig. Dann seht ihr den Verification-Channel nicht mehr, aber dafür den Support-Channel. Und den braucht ihr, um an Gewinnspielern am Ende auch kontaktiert zu werden, weil ihr werdet über diesen Support-Channel am Ende kontaktiert. Auf dem Discord-Server müsst ihr dann nur auf den Channel Verlosung gehen. Hier seht ihr die Verlosung. All meine Pads um lauter X-Pads. Das ist es. Wird am 5.04.2022 aufgelöst. Momentan nehmen 30 Leute teil. Und um teilzunehmen, klickt ihr einfach hier rauf, dass es blau hinterlegt ist. Und dann kriegt ihr als Bestätigung am Ende auch noch eine Nachricht vom Bot, dass ihr am Gewinnspiel teilnehmt. Es sei denn, ihr habt alles vorbildlich gemacht und eure Direktnachrichten von Nicht-Freunden deaktiviert. Ich habe nämlich keine Benachrichtigung von einem Bot bekommen. Die einzige Nachricht, die ich je bekommen habe, ist die vom Kyle-Bot, der gesagt hat, dass ich DMs bitte ausschalten soll. Weil man kann ja auf Discord von fremden Leuten sonst was für irreführende Nachrichten geschickt bekommen. Macht das bitte. Falls ihr euch mit Discord noch nicht so gut auskennt, dann schaut euch auch gerne mein Discord-Survival-Guide-Video an. Das ist jetzt hier oben rechts auf dem i verlinkt, wenn ich dran denke. Und dann seid ihr auch schon perfekt gewappnet. In der Zwischenzeit, bis das Gewinnspiel aufgelöst ist, sind ja nur ein paar Tage. Könnt ihr auf dem Discord ruhig noch mit irgendwelchen Leuten schreiben, in den Voice-Channel, vielleicht mit Leuten sprechen. Vielleicht findet ihr neue Freunde. Wäre ja ganz schön, mit denen ihr auch zusammen Pets-Simulator spielen könnt. Und wenn das Gewinnspiel dann aufgelöst ist, wird in den Channel reingeschrieben, wer gewonnen hat. Ich füge euch zu einem Ticket hinzu und frage euch dann, jo, dann hast du am besten Zeit, damit ich dir alle meine Pets geben kann. Und dann kriegst du alle meine Pets. So einfach ist das. Und weil ich weiß, dass bei so einem Verlosungsvideo ganz viele Leute nur in die Videobeschreibung gucken, um zu sehen, wie man am Gewinnspiel teilnimmt und das Video nicht schauen, schreibt mal bitte Hashtag bis zum Ende durchgeschaut in die Kommentare, damit ich Bescheid weiß, wer von euch wirklich das Video bis zum Ende durchgeschaut hat. Das würde mich wirklich freuen, wenn ihr das macht. Damit wäre es das dann aber auch mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da. Abonniert meinen Kanal, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Bis dann und Ciao!